Applaus Der Druck des Plakats, das haben Sie schon gesagt, ja, hat unser Freundeskreis, auch die Druckkosten, hat unser Freundeskreis getragen, Plakat und Flyer. Und er wartet auch noch mit einem anderen Geschenk auf, ja, eine Lesung mit Willi Hagemeier, ja, aus Joachim Fests Biografie, aber nur für die Mitglieder des Freundeskreises. Und wer jetzt noch nicht Mitglied ist, dem sollte das ein Anliegen sein, ein Anlass sein, Mitglied zu werden. Haben Sie Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt übergebe ich gerne das Wort an Sie, Basile. Applaus